Ein Autodien Hey, sind Sie verrückt geworden? Kommt Sie sofort zurück! Ein Zusammentreffen Die Letzten beißen die Hunde Wo fahren wir denn hin? Ein Einsamer Ich finde, wir sind ein gutes Team Zehn Jahre zu spät Ein Junge Bleib bei mir, Junge, und ich zeig dir, was Poesie ist Eine Freundschaft Wir haben ein paar Bonbons für uns mitgebracht Sag mal, bist du verrückt? Thunderbolt und Lightfoot Eine Jagd Eine Flucht Abwärts! Ja, Spackel! Du! Eine Feindschaft Na, was ist gelügt? Oder brauchst du noch eine Prise? Eine Gang Warum riskieren wir es nicht nochmal? Versteht einer von euch, was der Krümel will? Montana Armit, wir machen denselben Überfall auf dieselbe Tour Eine Bank Das ist der Laden Der Kasten? Eine Kanone Mit einer 20-Millimeter-Kanone und panzerbrechender Munition Ein Plan Um genau 10.30 Uhr wirst du Lightfoot in der Durchfahrt hinter der Liberty Lounge absetzen, Goody Das Toilettenfenster ist offen, du steigst da ein und ziehst dich um Um 11.30 Uhr gehst du zum Telegrafenamt Du musst vor 11.35 Uhr da sein, weil in der Minute Alarm ausgelöst wird Wenn sie sich ruhig verhalten, passiert ihnen nichts Thunderbolt und Lightfoot Thunderbolt und Lightfoot, das klingt doch nach Wasser Clint Eastwood Clint Eastwood Jeff Bridges George Kennedy Ein Team Ein Ding Ein Film Der Film Die Letzten beißen die Hunde Ein echter Hammer Der Film Der Film Vielen Dank.